Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert. Das ist der erste Hauptevent von deinem Karriere. Nichts. Ich freue mich jedes Mal. Das Event war schnell, in 3 Stunden. 16.000 Menschen werden dich. Ist das ein Faktor, wenn die Oktagon-Gate geschlossen ist? Ja, natürlich. Das ist eine Menge Motivation für mich. Aber wenn die Oktage geschlossen ist, ist es ein Faktor. Ich bin 100% Fokus. Ich bin sehr begeistert. Du warst von Rogério Noguera, der aus dem Kampf durch einen Injurie und wurde Tiago Silva verletzt. Ist das deine Präparation für den Kampf? Ist das ein Faktor für dich? Nichts. 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 Ich bin nur trainiert. All das hartes Arbeit ist getan. Ich bin bereit für Tiago. Es wird ein tolles Faktor für dich. Das ist ein tolles Faktor für dich. Ich habe mich über die Karte und meine Faktor für dich. Kannst du ein Faktor für dich? Ja. Ich bin ein Faktor für den ersten Rund. Vielen Dank. Vielen Dank. Alexander, good luck für Ihren Faktor auf Saturday und danke für die Zeit. Vielen Dank.